Warum lade ich eigentlich bei 60 Schuss immer direkt nach? Das ist immer so sinnbefreit. Digga, warum immer ich? Da sind 30 andere Menschen. Yo, meine Kartoffel-Frienden und damit herzlich willkommen zu einer Folge. Battlefield 1? Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele mal wieder eine Battlefield 1. Vor allem habe ich auch letztens endlich die Hellriegel freigeschaltet. Ja, das ist die Waffe, die ich gerade nutze. Und ich kann nur sagen, die ist echt ultra nice. Echt, macht super Laune, die Waffe. Unfassbar präzise, hohe Feuerrate. Und unsere Gegner leben irgendwie Gasgranaten. Und die Waffe ist halt ultra nice. Hat zwar nicht so viel Schuss, aber dafür sind die Versorger ja da und unterstützen uns alle hoffentlich ganz fleißig. Ja, bestimmt wieder Vorherrschaft auf der Map, äh, auf der Wald der Argonnen heißt die Map, glaube ich. Und heute dann hoffentlich ein bisschen besser als die letzte Runde. Ich habe nämlich die letzte Runde nämlich nicht so gut in Erinnerung. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir letzte Runde so ein bisschen... Ja, ich glaube, wir sind noch zurückgekommen ganz knapp. Das war ganz knapp, letzte Runde bin ich der Meinung. Ich weiß es nicht mehr, die letzte Folge ist schon so lange her. Aber läuft bei mir auch gerade super. Ich sehe auch so super unfassbar viele Hammer-Gegner. Und wenn, dann kommen die schwulen Schweine eigentlich eh fucking von hinten, Alter. Ja, die Nintendo Switch ist frisch released vor vier Tagen. Also, ich nehme das hier am 7. Dezember, sag ich schon, März auf. Was haltet ihr von der Switch? Findet ihr das Prinzip gut? Wie findet ihr die Umsetzung? Würdet ihr euch die Switch kaufen? Was haltet ihr von den Spielen, die man darauf spielen kann? Wie findet ihr den Joy-Con-Controller? Schreibt mir mal alle eure Gedanken bitte in die Kommentare. Danke schön. Digga, was ist los? Mein Aiming ist schon wieder so ein Cancer. Revive mich. Und wieder beitreten. Mal gucken, ob ich mit dem Visier besser klarkomme. Warum lade ich eigentlich bei 60 Schuss immer direkt nach? Das ist immer so sinnbefreit. Digga, warum immer ich? Da sind 30 andere Menschen. Und er schießt auf den... Einen, Alter, ohne Witz. Kleiner Hundesohn, Alter. Liegst du hier noch? Wenn ja, dann fick ich dein dreckiges Pissleben, Alter. Sei froh, dass du hier nicht mehr liegst, ey. Ohne Witz, ich hätte dich gefunden. Ihr glaubt gar nicht, wie das aufregt, ne? In Counter-Strike genau das... Ich brauch nicht nachladen. In Counter-Strike genau das gleiche, ne? Vor mir stehen vier Leute. Ich werde jedes Mal getroffen. Ohne Witz. Jedes verfickte fucking Mal. Das Einzige, was bei der Hellriegel hier nicht so hammergut ist, ist, dass die kein Charge hat. Also kein Bayonett vorne dran. Deshalb kann ich nicht auf die Gegner zusprinten und sie abstechen. Aber dafür hab ich ja meine coole Axt, die ich ihnen in den Kopf hauen kann. Warte, ich glaub so, ja, hier, zack, so sieht man die. Boom, boom, bam. Und wieder zu A. Aber es sieht ganz gut aus für uns. Ich bin leicht positiv, was meine Stats angeht. Digga, streck mich nicht so, du Pimmel-Gesicht. Hab ich beide? Ja, ich hab beide. Nice. Ich brauch. Weißt du, mit der Doc von uns rennt einfach raus. Und ich renne ausgerechnet in zwei Typen. Warum schießen sie denn nicht auf den, der da rausgegangen ist? Das verstehe ich nicht. Ohne Witz. Warum schießen die ausgerechnet auf mich, wenn vor den direkt einer hinlangläuft? Ja, aber wie gesagt, also ich find das Prinzip der Switch ultra nice. Ich hatte auch gerne eine, aber ich weiß noch nicht, ob ich mir eine gönne. Weil ihr wisst ja, Geld, Meld und so, ne? Man kann sich ja nicht immer alles gönnen. Aber theoretisch hab ich halt gerade ein bisschen Geld angespart. Und könnte wirklich damit, äh, darüber nachdenken, mir die zu kaufen. Aber, äh, ich bin mir noch nicht sicher. Ja, also ich denke mal, ich warte mindestens noch bis Mario Kart. Dem drück ich den Flickshot Headshot. Fick. Der Counter-Strike wär ja tot. Aber, wie gesagt, ich weiß echt noch nicht, ob ich mir die kaufe. Wär halt derbe nice. Das wär noch so derbe nice, wenn du so Spiele wie Battlefield oder so auf der, auf der Wii U, äh, wie Nintendo Switch spielen könntest oder so. Das wär übel witzig. Weil ich glaub, auf der Wii U gab's, ähm, Ich glaub, auf der Wii U gab's Black Ops 2, glaub ich, zu spielen. Bin ich mir nicht sicher. Also es wär geil, wenn sie mal wieder so vernünftige Spiele, oder so richtig, also nicht nur Nintendo-Spiele, sondern auch richtige vernünftige auch, äh, mal rausbringen würden. Auf der Nintendo-Konsole. Weil ich kenn das eigentlich nicht so, dass die großen Blockbuster auf der Wii, oder beziehungsweise auf den Nintendo-Konsolen gespielt werden. Also, außer von Black Ops hab ich, muss ich ganz ehrlich sagen, nur noch von FIFA gehört. Was anderes, von was anderem weiß ich gar nicht. Könnt ihr mir vielleicht auch nochmal sagen, ob's noch andere Spiele gibt, die man auf Nintendo-Games, also Blockbuster gibt, die man auf Nintendo-Spielen spielen kann. So, ich glaub, wir haben uns jetzt, oh, erster Platz, 11 zu 7. Wir haben uns ein bisschen abgesetzt. Du, ich nehm jetzt ganz in Ruhe ein. Ja, hast du gedacht, ne? Hast du gedacht, ja? Denk nicht. Du, ich hab alle Zeit der Welt gehabt. Du hättest zu mir kommen. Bzw. hast du das ja auch gemacht und bist reingerannt. Ich find das immer so geil, wie die bei Battlefield schreien, ne? Es gibt... Ey, ohne Witz, die haben das so fucking nice gemacht, ne? Aber teilweise schreien einige da auch wie so Mädels, ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Das hier ist sonst immer weggesprengt, ne? Wieso ist das jetzt nicht weggesprengt? Ha, ha. Perfekt. B wird gelust. Und das Geile an der Hellriegel ist halt, die hat so eine schön hohe Feuerrate, ne? Die andere, also die andere MP, die man am Anfang kriegt, die hat auch eine sehr hohe Feuerrate. Aber die ist nicht so präzise wie die Hellriegel. Also ich muss sagen, mit Level 10 habe ich da schon echt einen Schnabber gemacht, ne? Einen richtigen Schnabber. So, jetzt komm. Ich wollte gerade auf Alt drücken und schleichen, wie bei Rainbow Six. Läuft bei mir. Digga, wo bleibt ihr denn? Wollt ihr B nicht ha... äh, wollt ihr... Ficken, Mann. Wieso haben die Scheiß-Supporter immer so ultra viel Munition? Den habe ich echt nicht gesehen da oben. Schnell. Den hat man einfach nicht gesehen da in der Ecke. So, B. Du hast eine Granate in der Hand, nicht mein Problem. So, ich muss sagen, ich liebe diese Waffe. Die Hellriegel macht so Laune zu spielen. Ich will nicht einen Heifen, Digga. Ich will sie alle mit der Hellriegel töten. Digga! Haben wir vielleicht einen Medic hier irgendwo? Ich habe keine Muni mehr, Diggi. Er rennt auch nur im Kreis. Aber ich sterbe wahrscheinlich eh gleich wieder. Ach, ja gut. Da war ich tot. Aber wir haben einen Healer. Einen Support. Ja, mit welcher Munition, Digga? Mit welcher Munition? Jetzt bin ich hier so ein Pistol-Faggot, oder was? Ja, neun Schüsse sind echt... Oh! Danke. Ja, aber das meine ich mit Supporter, ne? Sie kommt immer dann, wenn man sie braucht. Immer dann. Oh, Alter. Die ist so präzise, die Waffe. So, jetzt gönnen wir uns noch B. Und dann sollte das Spiel auch gleich... ...für uns entschieden sein. Fuck, hinter mir war, glaube ich, auch noch einer irgendwo. Ja, da war noch einer. Scheißen, Dreck. Ich habe halt nur von hinten den von C kommen sehen. Hören. Fühlen. Was auch immer. Ja, ich schreibe. Was ist das? Warum? Spawn-System, please. Digga, ohne Witz, das macht mich gerade so. Richtig, man. Oh, wieso sagt denn keiner was, dass die im Keller sind? Medic läuft weg, jawoll. Oh, er kommt wieder? Nee, er rennt weg. Der, den juckt sich. Das ist ein Medic, den interessiert es nicht. Das wusste ich. Und... Einmal reinschießen und naden, so, und jetzt auf A. Oh, die Hellige ist so präzise. Das gefällt mir so. Wachsoldat, Kitzsoldat, verfügbar. Ja, die Steps sind auch geil, wenn du über diese Patronenhülsen läufst, ne? Ohne Witz. Die machen so geile Geräusche. Leute, ich hab ihn getötet. Wo kommt die Granate her? Scheiße, aber wir haben den Heal. Wir haben den Heal neben uns. Ja. Ja. Jetzt noch B. Aber ich glaub, aufhören tun die Gegner das eh nicht mehr. Ich versuch mal, wenn ich's schaffe, nochmal von hinten zu kommen, damit ich nicht wieder gleich gebumst werde. Ja, moin. Digga, ich sag, damit ich nicht gleich gebumst werde, mir kommen fünf Leute entgegen. Könnt ihr euch das erklären? Ich kann's mir nicht erklären. Werde ich jetzt noch mal gucken, ob wir ein Battlepack bekommen. Wenn das der Fall sein wird, wird Bean sein. Dann mach ich das natürlich auch für euch. Und wir bekommen ein... Oh, geil. Oh, warte, Flaggen. Ist das nicht geil, mich da ganz vorne zu sehen? Und wir bekommen, dafür kriegen wir doch locker ein Battlepack. Genau. In diesem Sinne sag ich schon mal, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschaddar. Ja, ein epischer Gegenstatt. Ich hab mich jetzt verarscht. M1918 Moment, wo ist es denn? Da, Ansel Bis zum nächsten Mal, haut da rein Nicht das Liken vergessen, tschüss